Na gut, dann kannst du noch mal, wir haben einen frühen Abend hier auf der Refraktions-Map. Alle getarnt, man sieht nur Pets, man sieht nur noch Pets und man sieht die Spiele nicht mehr. Ja, oh moin, ganz viel Erdis, richtig geil. Tja, da könnte man sich mal. Alle, die kennen wir aber langsam auch auf der, ja? Alle, wie viel jetzt? Die Musik ist so laut, alles klar, ich seh's grad, ich seh's grad, tut mal leid, so ein Dreck, Alter. Jetzt soll's passen, na warte mal, ich glaub jetzt, jetzt soll's passen, sorry, ich hab's gesehen, dass die Musik hier grad ein bisschen eskaliert ist. Ja, ja, warte mal, ich stell's mir hier überhaupt mal leise und stell's hier wieder ein bisschen lauter. Jawohl, ich glaub, das sollte jetzt funktionieren. Passt. Passt. Alter, selber grad gesehen, ich hör's grad selber, das ist ja übertrieben laut. Jo, wie geht's mir denn heute? Na ja, puh, müde, 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 liebe Leute. Jetzt grad noch ein Video gemacht für die Woche, wie da was heftig sein soll und ja, noch nicht zum Schneiden gekommen. grad mal erst aufgenommen und gleich Livestream gestartet und ja, ich hoffe, ich komm noch irgendwann dazu. Die Tage sind für mich immer zu kurz in letzter Zeit. Ja, moin, Bucheschaos, danke, dass du mir gefolgt bist. Vielen Dank. So, wir müssen jetzt hier viel auseinandernehmen. Alter, ist das viel, das ist schon wieder, das ist schon wieder so typisch, ey, das ist genau die ganzen, die Masse sind hier einfach unterlegen. Ich muss jetzt, ich möchte kurz noch was nachschauen. So, jetzt kann man sich hier ins Gefällt rein. Oh, ich leg mich an, ich leg mich an, ich mach zwei an, jawohl. Ah ja, er ist voll in meine Mieder reingeflogen, man. Easy piece, eins gegen eins, ne? Jawohl, aber der war fast geplatzt, ey. Fast. Ähm, mit den neuesten News heute hier, äh, wir haben hier einen Venusen vor uns, der hat uns eine Slow Mini gelegt, ich bin nicht reingeflogen, deswegen kann ich mir den Super holen, ihn einfach mal essen, gleich mal hier mit Venom drauf schießen und er ist tot. Wir haben sich gleich mal in eine Tanze-View rein, davon ist gleich noch mal ein roter Punkt vor uns und holen wir uns den einfach mal. Easy peasy. Crew Pounds. Angriff, jawohl. Jawohl, bam, voll in die Fresse und gleich weiter vorwärts, da ist noch was. Der braucht Hilfe, Freunde, da braucht wer Hilfe. Los, jawohl, Leute, der ist weg, alles klar. Der kommt am nächsten. Jawohl, wir haben Erde in Griff. Wir beherrschen Erde. Easy peasy. Ja moin, okay, alles klar, Leute, kommt alle in Venus jetzt. Da braucht wer Hilfe, da braucht wer Hilfe. Okay, das ist alles klar. Okay, das ist alles klar. Komm schon, komm schon. Na, warte, fuck, Alter, was ging da gerade für ein Devilshan? Mann! Hab ich noch bekommen. Aber bist du behindert, Alter. Wo kam der? Oh, Alter. Was machst du denn hier, kleiner Mann? Das ist hier nur was für große Jungs. Meisterlieb, Alter. Ich kann mich auch noch an meine Zeiten erinnern, wo ich so ausgestellt hab. Ich hab mich, oh. Ich hab immer mein erstes Design so gefreut. Das hat nicht mal eine Fähigkeit. Das war dieses orange-weißene Design. Und das hab ich mich so gefreut, wie ich das damals gehabt hab. Oder meine erste Iris. Bist du wahnsinnig. Das waren Zeiten. Da waren Iris ja noch schwierig. Boah, Mann. Waren die teuer. Dieses Handelssystem, wo du deine Grades geboten hast, auch wieder verloren hast. Wenn du das nicht bekommen hast. Das Spiel war damals Hardcore einfach. Nun, nein, nein. Jawohl. Mein Kiel. Jo, bei mir ist ja den ganzen Tag geregnet. Ähm, danke der Nachfrage. Es war scheiße. Ich war nass irgendwie, weil ich hauptsächlich auch heute draußen gearbeitet habe. Bin ich ein bisschen nass geworden. Ja, ne Hose musste ich wechseln. Richtig für den Arsch. Hat mich gleich mal wieder richtig fertig gemacht. Dieser rote Pump. Komm her, da. Icarus 35. Ah, jawohl. Ja, genau. Oh. Jawohl. Dann nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er heisst mich, obwohl er sowieso bei mir bleibt. Bringt sich gar nichts. Oder hat er Kamikaze gezündet. Ich weiß das gar nicht. Oh. Nicht aufgepasst. Er kommt wieder 5. Und einfach nirgendwo her. Können wir probieren? Jawohl. Komm. Ich hoffe, er hat es akzeptiert. Ah, ich bin zu früh. Ah, ich bin zu früh in meine Bohrformation gegangen. Ich habe da ordentlich was verkackt. Jetzt kriege ich ihn auch nicht geklickt. Jawohl. Fehlt ohne Ende. Er macht das auf jeden Fall sehr schön. Das freut mich. Ich wechsel da gerade so wenig Konfis. Er macht das sehr gut. Jawohl. Ich habe ihn noch. Ja, er hat nicht aufgepasst. Easy. Er hat nicht aufgepasst. Jawohl. Ah, aber GG. Erstens. Ich habe wieder mal meine Formation verpasst zu wechseln. Ich habe es voll verkackt. Mein Fehler. Aber ich muss ihn auch loben. Er hat das auch. Er hat das sehr schön gemacht. Er hat mich da richtig schön ausgetrickst. Vor allem er hat sich dann. Er hat das wirklich schön geteilt mit seinen Formationen. Er hat das sehr gut gemacht. Er ist nämlich auch in seine. Seine Bohr. Und dann nochmal in seine Diamantformation reingangt. Diamant war das, gell? Jawohl. Und in seine Diamantformation auch perfekt reingegangen. Also wunderschön gekämpft eigentlich. Und ich habe voll gefehlt. Ich bin mit 500.000 Schild in Bohr gegangen. Und dann hatte ich eigentlich ein Verlust von 200.000 Schild. Weil Bohr habe ich insgesamt nur noch 350.000. Egal. Also er hat das wirklich schön gemacht. Aber jetzt steht es für nichts gegen eins. Na, freut mich. Das war wirklich schön. Da war ich sogar noch ein bisschen verkackt. So. Okay. Liebe Leute. Wir machen das jetzt so. Morgen ab 18 Uhr wieder Livestream. Auf Twitch. YouTube-Video knall ich wieder raus. Aber 18 Uhr ist wieder das Livestream. Und wir machen das dann wieder so ein, zwei Stunden. Und, ah, genau. Jump rüber. Aber. Jo. Dann machen wir das bitte morgen nochmal. Ab 18 Uhr ist der nächste Livestream wieder. Für ein, zwei Stunden. Eineinhalb. So wie heute eigentlich gemütlich. Ich werde es wieder auf Twitch ankündigen. Und, jo. Wenn ihr eine andere Zeit haben möchtet, zukünftig, dann müsst ihr mir das sagen. Aber ansonsten soll das eigentlich so ziemlich gut funktionieren. Jawohl. Keine Antwort. Ich finde, ich finde das gut. Der geht auch. Okay. Machen wir das so, liebe Leute. Das heißt trotzdem, Daumen nach oben. Abo dalassen. Ja, wie immer. Entweder hier auf Twitch oder sonst was. Aber ich war jetzt eh brav genug. Ihr folgt mir jetzt da. Ich hoffe, ihr habt das auch aktiviert. Das heißt, wenn ich anfange zu streamen, da ist ja auch eine Benachrichtigung kriegt. Das wäre super. Dann können wir morgen wieder 19, äh, 18 Uhr. Können wir dann wieder Refraktionsweb zusammenspielen. Das wäre super. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts von mir. Meinerseits. Das heißt, ich mache mich jetzt vom Acker. Und werde jetzt. Jawohl, gekillt noch. Und das heißt, ich werde mich jetzt von euch auf jeden Fall verabschieden. Und wir sehen uns dann morgen nochmal. Machen wir das so. Alles klar. Ohne Treten. Natürlich, ohne Treten. Nein, ich finde, das ist so gemütlich. Jeden Tag für ein, zwei Stündchen zusammensetzen und ein bisschen spielen. Das funktioniert. Ich mache mich jetzt sowieso noch auf den Weg. Schneide jetzt noch ein paar Videos für euch, die für diese Woche. Und ja, ansonsten, liebe Leute. Danke trotzdem, dass ihr heute wieder da warst. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Hat mich gefreut. Servus. Servus. Servus.